für fordnet herzlich willkommen zu einer weiteren video auf kuradet und heute habe ich wieder ein weiteren xp gliss für euch vorbereitet deswegen hauen wir auf jeden fall wieder rein also ja nein so das ist dann einmal der insel code leute ihr müsst einmal 5905 eingeben leute 8014 6730 v7 leute das müsst ihr einmal eingehen dann drückt ihr einmal auf annehmen dann einmal auf spielen drücken privates match ganz wichtig einmal an spielen drücken dann starten wir auch schon einmal in die map rein leute dann starten wir mal schnell in die map rein ehre geht raus an alle die jetzt nochmal ein abo und like da lassen leute ehre wie gesagt jeden tag kommt auf jeden fall xp gliss ist auf meinem kanal deswegen gerne nochmal ein abo und lock aktiv machen so dann starten wir einmal in die ganze map rein hier so freut ihr euch auf jeden fall schon oft und auf die sommerferien schreibt gerne noch mal in die kommentare so wir können auf jeden fall einmal 80 minuten war also 80 sekunden warten leute aber wir können das match einmal starten so können sport hier oben in der carbine leute so können sage ich jetzt schritt für schritt was ihr machen müsst auf jeden fall das ganze ladet jetzt ein bisschen länger dann seid ihr wie gesagt einmal hier oben gespawnt ganz wichtig geht ihr dann erstmal zu diesem button leute macht das hier einmal raus gibt einmal das hier ein leute also gibt einmal das hier ein in des dings dann einmal annehmen dann ist sozusagen auch das ganze einmal aktiviert dann geht ihr einmal ganz schnell dann nach da unten leute und fliegt ihr auf jeden fall einmal hier rechts runter zu der ecke leute also von dem roten kasten wenn ihr da rauskommt fliegt einmal rechts in die ecke so ok dann sind wir auch gleich in der ecke angekommen und hier müsste einmal der secret xp button sein den ihr einmal betätigen können leute wie gesagt ihr auf was ihr jetzt auch immer spielt ihr drückt x oder so ich muss jetzt eh drücken weil ich auf das natur spiele und dann müsste auch eigentlich schon anfangen wie ihr seht leute startet dann hier einmal der xp glit leute einfach 1000 ep pro sekunde dann würde ich sagen das war es auch von diesem xp glit ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns beim nächsten video oder streamen haut rein und ciao leute